Willkommen zu unserem Katze-Kalorien-Rechner. Hast du dich jemals gefragt, wie viele Kalorien deine Katze täglich benötigt? Mit diesem Tool kannst du es ganz einfach herausfinden. Hier ist, wie du es verwenden kannst. Gewicht eingeben Gib das Gewicht deiner Katze in Kilogramm ein. Achte darauf, dass du eine Zahl eingibst. Aktivitätslevel Wählen Wähle das Aktivitätslevel deiner Katze aus dem Dropdown-Menü. Ist sie eher faul, mäßig aktiv oder ein kleiner Wirbelwind? Berechnen Klicke auf die Schaltfläche Berechnen und beobachte, wie die Magie passiert. Ergebnis ansehen Sofort erhältst du die geschätzte Kalorienzahl, die deine Katze täglich benötigt. Teilen Teile das Ergebnis mit anderen Katzenliebhabern. Ihr könnt gemeinsam überlegen, wie ihr eure pelzigen Freunde verwöhnen könnt. Vergleich stattfindet. там えーite spiral